man kommt nicht in den waggon rein schade eigentlich wo müssen wir eigentlich hin ich habe noch kein leuchtturm geacht dahinten es ist ein sehr großes gebiet aber da das der wüste es wird halt hier zwischendrin nichts sein was die fresse was natürlich einerseits logisch ist auf der anderen seite alle mann zuhören der baron wird jetzt drehen alle mann zuhören der baron wird jetzt drehen schnauze was ist auf dem flugfeld los die jungs sagen da wimmelt es vor freaks wie lange sag ich dir schon dass du dort aufräumen und alles brauchbare einsammeln sollst insbesondere die warten warum zum teufel muss so viel gute ausrüstung vergeudet werden die jungs plündern und streiten sich darum und es interessiert sie nicht dass du dort das kommando hast hast du zu wenig leute kommst du mit der verantwortung nicht klar dann sagt das gefälligst aber wenn du meinst du schaffst das dann will ich ergebnisse ansonsten muss ich annehmen dass du mich nicht respektiert weiter machen der baron hat gesprochen oh hey ein berg ein 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 ich hab dich nicht ja hinter uns ein 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 Ah, wir müssen uns hier lassen. Entschuldigung, das ist halt Russisch. Die funktionieren jetzt doch bei minus 70 Grad. Ich hoffe, dass ich das Haus mache. Dann schauen. Russische Qualitätsware. Minus 70 Grad und so. Sieht doch immer weniger bis 70. Ach Alter, ich steck am Arsch. Ich seh doch da schon wieder was an der Wand stehen. Die Patex Brüder sind ja schon wieder aktiv hier. Ich seh das doch. Würdest du da bitte hochklettern? Vor dieser... Komm mal ab. Ist doch hier, ne? Hallo. Danke für den Wohlpatron. Aber... Ja, was ist denn jetzt hier? Üb doch nicht auf der anderen Seite runter, bist du des Wahnsinns, wenn da einer an der Wand klebt. Hä? Ich nicht. Genau hier. Vielleicht das hier? Nein. Du hast nichts dabei. Nein. Ja, ist hier irgendwas, was ich übersehe? Oder... Keine Ahnung. Ich stehe genau auf dem Punkt. Ja. Ob vielleicht irgendwas hier drunter ist? Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Dass irgendwas... Dass irgendwas unter diesem Punkt hier ist. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Gut, aber dann bräuchten wir halt einen Eingang, ne? Also. Vermutlich. Ich bin mir da jetzt halt nicht sicher. Keine Ahnung. Ah! Ich wusste es. Fick dich, Artyom. Fick dich. Jetzt spring da halt rüber. Du Affe. Ich hab's noch was. Das ist halt so krass. Aber du willst mich halt nicht. Ja, aber du brauchst. Hepp. Und geht das? Ich check's nicht. Schnauze! Ich geh das. Ich geh das zu. Moin. Eins. Drei. Drei. Jo. Ja... Bunker dran. Wenn man es wisst, ich will es nicht mehr. Der Affenband da. Schön hier. Cool, da gab es sogar Sachen. Warte mal mehr. Gut. Meins der Wünsche hätte ich jetzt schon parat. Auf unsere Freunde vom Patex-Verband könnte ich verzichten. Das gebe ich zu. Aber ansonsten... Ja komm, mach mal ein bisschen Licht an. So, der Geist. Die Scheibe ist nicht mehr dicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hallo. Ich glaube, einer habe ich aber nicht. Oh, das muss ich nicht. Wow. Alter, das will endlich endlich in ein Panzer eigentlich. Das ist echt gut eigentlich. Meine Herren. Wollt ihr da so ein Buch? Wow. Ja. Aber da haben wir bisher noch keinen Safe-Pro. Man denkt. Ja, das ist ja so schmerzend. Wieso richtig? Ja, da hinten ist der Rechte. Alles klar. Da hinten, wo der Dämonen ist, ist auch eine Fragezeichen. Alles klar. Dämonen voll nicht hin mehr, ja. Ja. Das sind ja viele Videosleise. Ja, komm. Das sind ja die Geisterseite. Ach. Und. Und. Jetzt. Und jetzt guckt ihr hier. Oh, schau. Das ist besser auf der Fahrrad, glaube ich. Da hat was Interesse an der Rechte. Da habe ich mit großen Fahrrad. Nicht einsticken. Dann steht man durch weiter. Uh. Stiegerebe sitzen. Mal gucken mal. Ich sehe was. Ich sehe was. Oh. Ich sehe was. Das ist das. Ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe was. gott schnauze im himmel alter du sollst das maul halten ich komme ja nicht hier rein ok alles klar da geht es nur wieder raus das ist gerade nicht so ganz meine intention merkwürdig dass der raum hier so auf ist alter mal ganz ehrlich das ist ja voll merkwürdig also sicher fühle ich mich jetzt nicht gerade mit der ganze scheiße die hier außenrum unterwegs ist naja was haben wir denn ach erhöht die stabilität der waffe ja mal ran alter ja ey nehm ich mit kein ding ok kann weg äh revolver eigentlich auch nicht ne was ist denn da draußen los ey meine jüte guck euch ein was habt ihr denn ok ich würde sagen ich mache pausen bis es hell ist ganz ehrlich das ist mir ja nix ey ich mache pausen bis es hell ist ich mache pausen bis es hell ist tschau jungs tschau jungs mal mal mal